Jetzt ist Zeit zum Handeln. Löhne müssen für ein gutes Leben und eine Rente reichen, die den Lebensstandard im Alter sichert. Arbeit soll für alle Menschen sicher, unbefristet, sinnvoll, tariflich bezahlt sein. Egal ob sie im Blaumann oder im Pflegekittel, mit Wischmob oder Laptop geleistet wird. Wir wollen den Niedriglohnsektor abschaffen und einen flächendeckenden Mindestlohn von 13 Euro. Gib der Linken am 26. September deine Stimme. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt die Linke.